Alle vier unterwegs, Vanessa Balde versucht außen wegzuziehen, hat Lara Noel Steinbrecher in ihrem Rücken und schauen sie auf Annika Justi versucht zu Lara Noel Steinbrecher aufzuschließen und innen Holly Okuku und jetzt aus der Kurve sind sie alle nebeneinander, Lara Noel Steinbrecher oder Vanessa Balde aus, denn es ist am Ende Lara Noel Steinbrecher, die hier den Titel mitnimmt. Oh, Holly Okuku, die dort noch ins Ziel stürzt, hoffen wir, dass nichts Schlimmeres passiert ist, denn da hat sie alles nochmal nach vorne geworfen. Vanessa Balde ist direkt bei ihr und die beiden beglückwünschen sich. Lara Noel Steinbrecher vom Sportclub Magdeburg nimmt den Titel mit, die inoffizielle Siegerzeit 24.29 Uhr und empfängt jetzt auch die Gratulation von Annika Justi.